Hallo Taschenlampenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal eine Lampe an, auf die habe ich mich schon richtig lange gefreut. Hat sich aber nur irgendwie nie ergeben, aber jetzt war es soweit. Und zwar die Olight M1X Striker. Das Modell verfolge ich schon seit die M18 damals gab. Das war so das erste taktische Modell davon. Die wollte ich mir dann immer mal kaufen, aber ich habe sie auf der ganzen Welt nicht mehr gefunden. Habe selbst in Foren mal nach Gebrauchten gefragt, bei Ebay und so, aber M18er war nicht zu finden. Und wenn da noch irgendwo ein original verpacktes Neustick war, wurde es zu horrenden Preisen angeboten, was einfach nur utopisch war. Aber es gibt ja hier inzwischen Modell 2 auf dem Markt, verbessert, überarbeitet mit noch mehr Funktion. Fand ich aber an der M18 eigentlich ganz schön, weil sie eben nur zwei Modi hatte, eine Deutsche Anschalter und sie hatte 150 und 800 Lumen. Und das war es. Die war nicht wirklich da nur rein taktisch, entweder Normallicht oder richtig viel. Aber die hier auch nicht schlecht. Das neue Modell mit zwei Tasten Kopfschalter, Endkappenschalter, aber trotzdem super easy, super schnell, super einfach und praktisch zu bedienen über den Endkappenschalter. Aber man sieht schon hier, der ist natürlich ausgelegt, um ihn auch mit zum Beispiel großen Handschuhen bedienen zu können. Der Knopf schaut hier so weit darüber heraus, dass hier kein Tail-Send möglich ist, was für eine taktische Lampe wahrscheinlich auch total unnütz ist. Wir haben eine gute alte V7s. Die hat ja damals den Umrüstkick dabei gehabt. Und da steht ja normalerweise der Knopf auch heraus, aber man kann es umrüsten mit einem zweiten Clicky, der dabei war, um das Ding dann auch hinstellen zu können. Das habe ich bei der mal gemacht, fand ich da eigentlich ganz toll. Die hat aber hier die optimale Bedienung mit weit herausstehendem Kopf. Der Clip ist umsetzbar. Wir haben hier oben noch dann den Umschalter für die Modi, darauf gehen wir aber gleich drauf ein. Wir haben hier oben eine Riesenkrone, macht sich beim Lichtbild auch bemerkbar. Aber es ist natürlich hier in taktischer Ausführung, ist fest verbaut, ist nicht abschraubbar. Wir haben schöne Glaslinse vorne drin, glatte Reflektor und auch wunderbar eine tolle Cree XML2 LED in cool white verbaut. Wie hier. Das sind noch eine der wenigen Lampen im Sortiment mit XML2. Wird fast alles momentan durch die kleinere, stromsparende, effiziente XPL ersetzt. Aber ich muss sagen, ich bin immer noch nach wie vor ein Freund von der XML2. Das ist einfach eine geile LED. So, ein paar Funktionen dieser Lampe. Wir fangen mal am besten an. Mal am besten über den Betrieb, über den Endkappenschalter. Sie hat ein Momentlicht, das ist cool. Geht natürlich dann in dem Modus an, wo sie zuletzt eingestellt war. Tappt man hinten zweimal. Eins, zwei. Ist man sofort im Turbo. Kann dann auch hier fixieren. Oder, ich muss mal wieder Richtung anmachen. Oder tappt man dreimal. Eins, zwei, drei. Ist man gleich im Strobe. Und kann dann den fixieren. Momentlicht. Doppel. Doppelturbo. Dreifach, Strobe. Oder halt einfach einschalten. Das sind die drei Möglichkeiten. Über den Endkappenschalter mit dem Tab. Klicke ich die Lampe an. Geht sie an. Und ich kann dann vorne über den Kopfschalter durch die verschiedenen Modi Zappen. Wir haben einen Low-Modus mit 10 Lumen, einen Mid mit 60, einen High mit 350 und den Turbo mit 1000 Lumen. Das sind die vier Standard-Lumi. Wir haben noch einen versteckten Moonlight-Modus mit einem halben Lumen. Den erreiche ich, wenn ich den Kopfschalter gedrückt halte und dann die Lampe einschalte. Dann habe ich den halben Lumen Moonlight-Modus. Was schön ist, wenn ich es in dem ausschalte, Memory startet sogar auch wieder eben Moonlight. Hier kann man dann klicken und kommt wieder in die nächsten Modi. Also trotz vielen Funktionen eigentlich sehr einfach bedienbar. Momentlicht, Turbo, Strobe, einschalten, durchzeppen. Bleibe ich im eingeschalteten Modus und will in den Stroben, muss ich einfach auf dem Kopfschalter bleiben. Dann kommt nach einer Sekunde der Strobe. Moonlight gedrückt halten, einschalten. Zack, das war's. Eigentlich trotzdem, trotz der vielen Funktionen, sehr einfach zu bedienen. In der Lampe. Schauen wir sie mal schnell auf. Verarbeitung und Gewinde immer auf super hohem Standard, wie man es nicht anders gewöhnt ist bei Olight. Wir haben vorne, wie hinten, eine Feder. Die Lampe kann man in zwei Configs kaufen, mit und ohne Batterie. Ohne Batterie bekommt man sie für 60 Euro. Mit Batterie kostet sie, glaube ich, 80 Euro. Die war jetzt hier ohne Akku für 9,50 Euro. Also knapp 60 Euro bekommt man diese Lampe ohne Akku, wenn man schon einen zu Hause hat. Kann man das sparen. Ich hatte hier aus meiner 4-7s, da habe ich einen Doppelsatz von den damalig erhältlichen 3600er. Das waren die Stärksten, die sie da je hatten. Die haben halt vorne noch den Pluspol. Den brauche ich halt hier drin in der alten 4-7s. Das war ja eine der ersten Lampen mit Mikro-USB-Ladung. Da hat man extra diese Akkus, die vorne einen zusätzlichen Minuspol außen herum haben zum Laden. Wird hier nicht benötigt, aber ich mag den Akku, weil er eine sehr große Kapazität von 3600 mAh hat. Was ebenfalls zum Lieferumfang mit dazu gehört, ist hier dieses Rohr. Mit dem ich hier noch zwei CR1, zwei, drei Batterien einsetzen kann. Und dieses Distanzstück gleicht dann so eben den Hohlraum aus, damit die beiden Batterien nicht da drin rumschlackern. Dann sind noch Lichtungsgummis mit dabei. Und ein sehr gutes Lanyard. Sehr coole Lampe. Mit guter LED. Und trotzdem einfacher Bedienung. Einfach Endkappe. Und sie startet dank Memory in dem Modus, wo man es gerne hätte. Man sieht hier schon, durch diese starke Krone haben wir hier immer so eine Blume sozusagen. Vom Lichtbild her. Daran darf man sich halt nicht stören. Das ist halt einfach mechanisch so bedingt. Das wirft halt diesen Schatten. Wer das nicht mag, der darf nicht zur Striker greifen. So sieht dann ein rundes Lichtbild aus. Und hier halt die Blume. Aber die Lampe schauen wir uns natürlich interessanterweise dann erst noch im Dunkeln an. Und schauen mal, was die XML 2 mit 1000 Lumen im Dunkeln so bringt. Das ist da wahrscheinlich dann eher interessant. Der Clip ist auch umsetzbar. Aber eigentlich eine super tolle taktische Lampe. Im Turbo kann man noch dazu erwähnen, auf den 1000 Lumen läuft sie 5 Minuten. Dann regelt sie runter auf 550 Lumen. Ich denke mal der High-Modus mit 350 Lumen ist richtig gut. Ausreichend genügend Licht. Regelt dann auch nicht runter. Hat man dann auch kein Wärmeproblem. Also gute Abstufung. 10, 60, 350, 1000 oder ein halbes Lume Moonlight. Ja, tolle Lampe. Gefällt mir richtig gut. M1X Striker Olight. Cooles Teil. Trägt sich auch immer in der Hosentasche. Ist zwar recht lang, aber es geht. Man kann sie führen. Kein Thema. Und man hat eine ordentliche Lampe. Ziemlich robust. Krone. Schützt natürlich auch super gut das Glas. Egal wie die runterfällt. Oder wo man damit anstößt. Das Glas ist super gut geschützt. Und man kann es natürlich auch noch als Kubutan einsetzen. Oder ich denke, ja, je nachdem wie stabil das Metall hier oben ist, können es vielleicht auch mit einer Autoscheibe aufnehmen. Als, naja, müssten wir mal ausprobieren. Keine Ahnung, wie sich da verhalten würde. Beinahe um eine Scheibe zu trümmern als sozusagen als Rettungshammer. Schön massives Glas. Super zentrierte LED. Einfach gute Verarbeitung, wie man es nicht anders gewinnt ist von Olight. Ja, aber ich würde sagen, genug gequatscht. Wir sehen uns da auf jeden Fall in Teil 2. Denn da interessiert mich natürlich auch Brennt im Stockdunkelwald. 100 Meter, 1000 Lumen, Olight. Das müssen wir uns auch genauer anschauen. So, hier schon mal. Danke für sein Simpel, wir werden kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hebeli. Macht's gut. Bye, bye.